Willkommen in Monte Bianco, Offroad-Fans. Wenn Sie die Ruhe und den Frieden in den Bergen lieben, dann sollten Sie sich jetzt verabschieden. Wir sind hier nicht gerade im Urlaub und das nächste Rennen wird dies laut und deutlich verkünden. Bleiben Sie stark, denn die Lawine der Offroad-Masters geht gleich ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Was für ein Packen. Ich arbeite schon so lange als Kommentator, aber diese Typen machen mich immer wieder sprachlos.